Ist mein Kopf geplatzt? Ja klar, hm. Hallo? Oh, oh Gott. Oh Gott. Jetzt flipp ich aber gleich aus, du. Jetzt werde ich gleich nährig, gell? Ah. Okay, gut, ich kann weitermachen. Heilige Scheiße. Erst vergesse ich den Kack, darf ich? Und dann rutscht mir noch die Scheiße da rum. Ach, jetzt habe ich nicht gelesen, aber... Egal. Okay. Oh nein, es ist alles so verschwommen. Was mache ich jetzt hier draußen? Ich gehe einfach in dieses Zimmerlein. Wooo. Officer, kann ich mir helfen? Hey, wo denkst du, du gehst? Prick Patrick? Ich glaube, wir würden besser mit uns sein. Achso, ich darf mich einfach nicht... ...einfach nicht sehen lassen. Gar kein Problem für Udo, den haarigen Komparsen. Oh, da oben läuft einer. Und jetzt? Ja, klar, er kann mich also sehen, dieses Hundeficklein. Jetzt liest er gerade Zeitung, okay. Also, das heißt... Jetzt hat er gerade wieder seine Zeitung aufgeschlagen. Jetzt kann ich auch schnell hier... Oh Gott. Oh Gott, du verkacktes... Kindlein. Also, ich gehe jetzt hier lang. Zack. Oh yeah. Now I'm standing here like a teddy bee. Blätter deine scheiß verkackte Zeitung um. Und Glotz rein, genau. Ha, 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 hu, hu. Depp. Okay. Und du? Ah, und ich gehe raus von der gerade... Bin ich behindert? Let's go. So. So. Ähm. Ja, und dann sieht er mich natürlich. Hallo, I can't see you. Äh. Vor allem, wenn man erst mal acht Jahre in der Ecke vom Aufzug stehen bleibt. Warte mal, warte mal, warte mal. So. I'm down. Like a thram. Oh. Get back to your elevator. Oh. You found me. I don't know this. I know. Das ist ein Kot. Ach. Juck die Nase. Häng mir auf. Da drin rennt ein Fenster rum. Nein, 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 nein. Jetzt sieht er mich. Okay. Wo muss ich überhaupt hin? Einfach hier raus, oder was? Es ist vielleicht mal ein bisschen einfacher hier, ne? Ah. I can't open my eyes. I... Ehh. I... Ehh. Eh... Ehh. ... Ehh.